Throw, 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 throw it up Start twerkin' like Mali Oh yeah Twerkin' like Mali Don't pop it like Mali Ja, die zwei Piloten vom CDG Schwanz, die 250 und die 49 sind auch heiß hier Sie würden natürlich versuchen hier wieder 5 zu 20 von Anfang an Die 1 ist vorne der Hüttingsbüggelbaskal Die 1 ist vorne Und dann die 1 ist vorne die 1 ist vorne und dann die 1 liegt der Führung hier und dann die 1 liegt Was ist der Fall? Was ist der Fall? Ich bin der Fall, ich habe das Wort. Ich habe das Wort, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich habe das Wort. Wir haben die Ränder. Und der Baskar lässt den Bocker, der hängt uns schon wieder auf den Fersen. Und die 21,01. Und die 21,01. 10,01. 8,05. 10,05. 10,05. Ja, ist verletz. Jetzt gehen wir zurück. Der Vorlage, der Vorlage! Der Vorlage! Der Vorlage! Wir fahren auf Platz 1. Ende Klasse! Ui, jetzt stehen da die 125! Der Ende macht! Wir sind so wie krank! Jetzt geht's vorbei! Geht in Führung wieder! Und die 95 auf Platz 2! Das wird aber spannend! Das ist nämlich auch noch nicht entschieden! Der Wuppertpark, wo es auch ein Autobuch ist! Der wird jetzt immer schneller! Der wird jetzt immer schneller! Der ist da vorne! Der ist der Pascal! Und der klatscht schon anheben! Pascal Hügelberg, ein Superschauffeer mit der 1 und der rechts! Er kann sich verteidigen! Der Pascal! 1, 2, 95! Wir sind schon in der letzten Runde! Es gehen nicht mehr wenige Meter für Moskau! Die Wände haben wir! Es ist ein Stabzinsicht! Das schaut gut aus! Es schaut sehr gut aus! Das ist ein Stabzinsicht! Und der gewünftes Verspreis! In der Glässe über 18! Für den 5.9 Team! Und der 6! Und der 12.5 Team! Jetzt haben wir gespannst! Das ist ein Stabzinsicht!